Hallöchen, ihr da draußen und willkommen bei einer neuen Runde Trine. Das Abenteuer mit mir und dem Onkel geht weiter. Ja, Hallöchen. Ja, wir freuen uns. Endlich geht's weiter. So. Ich bin der Zauberer. Und ich habe in den Kommentaren gehabt, dass ich meinen Ton lauter machen soll, mein Spielton. Ich hoffe, das genügt jetzt so. Und mein Ton ist jetzt natürlich auch lauter. Also ich. Es gewittert. Ja. Onkel hat mal wieder nie aufgessen. Was? Der Teufel, der tobt da oben. Oh, oh. Warte mal, Besuch. Ich wechsle mal eben. Ups, ups, ups. Er kommt, er kommt, er kommt. Zack, okay. Zupi. Da noch einer. Warte mal, ich klatsche den erstmal hier beiseite. So, fertig. Wie lebt der immer noch? Der ist mir aufgestanden. Was sind du hier für Stunt? Ich wollte da oben lang schwingen. Und, ähm. Wolltest du mal ein bisschen Tarzan spielen wieder, gell? Gibst du Sinn? Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Warte. Pack. Oh, das war vorbei. Pack. Oh, das war auch vorbei. Sag mal, so. Jetzt. Einmal Leben. Warte mal, ich schieb das mal so ein bisschen hier hin, weil ich glaube, wir müssen nehmen mich hier hoch. Oh. Wo bist du denn? Puff. Erst mal eine Kopfnuss verpasst hier. Geht's noch? Äh, hä? Ist das okay? Da unten geht's nicht, ne? Oh, oh, ist da ein Monster? Ne? Warum ist denn jetzt bei mir ein Controller oben im Blickfeld? Das ist doch nervig. Warte. Da ist ein Skelett. Wiii. Zack, 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 zack. Ja, das macht Spaß auf jeden Fall. Ähm, dieses Ding da unten, was da so hin und her baumelt, ich glaube, das muss irgendwie kaputt gemacht werden oder so. Oua. Ich glaube, ich sehe jetzt viel geteilt. Ja, nicht auf mich. Das hat aber nichts. Warte mal, ich gehe mal hier runter und gucke mal. Hm. Ist da was? Weil sonst ist es ja, weil sonst ist es ja. Außer ein Skelett und, was? Gesundheitstrank? Also ich sehe jetzt nichts, womit ich das jetzt irgendwie in Verbindung bringen könnte. Äh, keine Ahnung. Kann man diese Scheiße? Ich muss mal ganz kurz bei mir in die Option gehen. Äh, und zwar Einstellung anpassen. Warte mal, ich auch. Ich glaube, mein Musiksound ist etwas zu laut. Na, das glaube ich jetzt nicht. Es geht mir gerade ganz kurz um die Dingsbums. Um die Tooltips. Das geht mir gerade total auf den Sack. Dass hier ständig dieser Controller im Bildschirm hängt. Ja, eben kann man das ausstellen, weil bei mir ist Tastatur und Maus. Hat er total. Nämlich. Hm? Ja, total nicht funktioniert. Total, 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 total. Tooltips. Oh, ich habe ich doch. Tooltips? Sichtbarkeit der Benutzung. Was soll denn das sein? Sichtbarkeit der... Jetzt bin ich hier im Optionsmenü. So ein Scheiß. Ähm. Kann ich aber auch nichts machen. Steuerung? Ach, das ist das. Ah, okay. Weil die gehen nicht aus. Ich dachte, die Tooltips sind das. Ach so. Hm, okay. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Controller im Blick. Das ist doch doof. Aua! 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 Ups. Okay, warte mal hier unten. Ah, da ist ein Trank. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hole schnell den Trank. Hm, hm. Allgemeine Lautstärke. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen... Kannst du mal da? Ach so. So. Kannst du mal ganz kurz den Krieger wechseln, dass ich den Krieger habe? Oder hier unten mal einfach durchschauen? Kannst du auch machen. Äh, nicht... Nein, mach's nicht. Hier unten ist nämlich ein Brettl. Und da unten drunter ist ein Heildrang. Äh, Quatsch. Ein Energie. Wui! Hehe. Fertigkeitsdank. Mein Gott. So. So, aber dieses Baumel-Teil, da wissen wir immer noch nicht so richtig, oder? Das hat doch gar keinen Sinn. Das baue ich da einfach rum. Hm. Aber das brauchen wir ja nur. Schwing, das Ding. Schwör, ey. Schwör, Alter. Oder muss das hier... Uh, 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 uh. Das tat sowas von mächtig gerade weh. Hm. Da ist nämlich diese... Au! Au, 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 das tat sowas von mächtig weh. Hahaha. Shit. Äh. Ja, war auch eine gute Idee. Warte mal. Ich nehme mal den Burschen hier. Au, au, au. Hä? ich bin oben und baue mir mal eine kiste darauf okay da ist wieder was für ein arsch ich habe nicht mehr viel leben ich beschütze dies das war auch zu kurz ich bin dauern doch du hast nicht mehr viel ja sehr schön was oben sind haufen wir müssen du kannst du das dann darüber bewegen aber noch nicht machen ich muss erst mal hoch noch nicht das ding rüber bewegen und da ist noch eine kiste ich öffne die mann ein schützer gefunden ja ich würde gerade sagen da ist doch irgendwas also ich tötete uns ja gleich alle den krieger den habe ich schon halb platt gemacht ich könnte level aufstieg können wir machen das problem ist ja hast du alles so den schieb mich mal bitte nach rechts du hast doch ein zauberer du hast doch ein zauberer wie sollen das machen du kannst du dich einfach unten ach so wie soll ich nach rechts schieben ich komme so mit naja mit der ich muss noch mal zurücklaufen ich denk dran der hat auch nicht mehr viel live ich bin doch mal den zauberer dann schiebe ich dich einfach mal rüber ich will auch wissen wie das geht du musst deine plattform schieben na wie denn nicht oben also das oben oder unten deine plattform schieben aber das geht ja nur wenn du nicht draufstehst und jetzt kannst du mich rüber schieben zum beispiel und neben die plattform kannst du dich angreifen doch blöd oder was die schiebte doch aber schon ich bin einfach zu doof hier kommen mache aber es rollt sich ja aber aber warum geht denn das bei mir nicht so hast du die plattform unten angegriffen unten dran bist bei mir ich spiele mit maus und tastatur ist ein bisschen was anderes und weiß nicht so richtig warte mal jetzt lass mich mal mit denen noch mal hier na so wie ich die kisten halt machen nee nee ich hab ich muss die rechte maustaste drücken ich habe die ganze zeit die linke gedrückt dann braucht man sich ja nicht wundern ich würde mal eben level aufsteigen okay muss ich dann meinen wählen oder ist das völlig wurscht wie einen wählen das war doch für alle eine eine das für alle na dann okay da muss ich mal wieder wo wir brauchen aber upgrade kosten drei zur stufe drei brauchen wir drei ach so nächste stufe ich bin mal links beim zauberer das muss ich mal kurz lesen erlaubt dem upgrade kosten drei erlaubt dem körper erlaubt dem zauberer vier gleichzeitig existierende kisten herbei zu zaubern dann haben wir die die bin schießt drei pfeile auf einmal und beim krieger ist flammenschwert das schwert brennt verursacht mehr schaden als normales als das normale schwert aber wir haben beim krieger aber auch die möglichkeit angst stürmen zu machen verleiht dem ritter vorübergehend höhere geschwindigkeit und gegner zurückzuschlagen besonders geeignet bei gegnern mit schild ist die wenn vielleicht auch kommen demnächst na also die gegner werden ja nicht leichter also den habe ich ja noch gar nicht ab gegratet das schild das schild hat das in warte mal kurz kannst du mal ganz kurz irgendwas vergeben was du jetzt interessant findest jetzt gerade ich hab das ja vorgelesen ich würde dann halt dieses schild machen so geht nicht nicht genügend fähigkeits ich habe drei von fünf sich dann habe ich auch nur drei von 50 datei ist das schild geht nicht weil das wahrscheinlich zu viel kostet warum das unter zwei so abgesehen aber es geht nicht nicht genügend fähigkeitspunkte wenn wir auch warum er kostet drei und sie auch drei und das kann ich machen überhaupt nichts kann ich machen nicht und nicht helfen wir haben jetzt 50 jetzt haben wir einen fähig unter den links ist eine 1 doch unter den figuren wir haben ein fähigkeitspunkt wir brauchen aber drei das heißt wenn unter den ganzen figuren drei steht dann können wir erst was machen ach so aber bei mir stand level aufstieg ja dann und das haben wir jetzt auch aber gut da hätten wir das geklärt so ja ich glaube wir müssen erst mal hier hoch und wie ich vom anpacken kannst du eigentlich ich werde jetzt mal ganz kurz okay und stört man darf ich auch wieder kommen was jetzt nein du darfst das nicht so jetzt schwingen wir mal unsere da oben ist ein ach du scheiße hier müsstest du mal zurückkommen weil da oben ist ein fläschchen oder warte mal komme ich da hoch ich komme auch hoch ja ich habe es oh gott hilfe so lol die kommen hier nicht hoch klatsch boom bang kiste aua oh guck wir haben ein schild oh oh da ist einer so wie zum thema geht nur mit schild ja ja jetzt haben wir es jetzt haben wir den salat blanke der zauberer gefunden was macht die denn klingt ja interessant was macht was macht die denn die blanke dass die blanke vom höh ich hab die gar nicht im inventar doch ich ja beim zauberer gleich daneben das eine neue fähigkeit achso 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 warte ähm äh warte genau und zwar blanke äh der zauberer kann eine blanke in die welt herbeizaubern dabei lässt sich die größe jeder blanke verändern durch den zaubervorgang verliert der zauberer etwas von seinem mana zu anfang kann der zauberer jeweils nur eine blanke herbeizaubern nächste stufe erlaubt dem zauberer zwei gleichzeitig existierende blanken herbeizaubern jawohl das kann man sogar kaufen weil wir haben ja ein upgrade punkt die nächste stufe mal gucken was das ist ich meine freigeschalten war es ja schon aber wir konnten es jetzt noch hochleveln ja du musst aufpassen dass ich nicht runter stürze weil unten ist ziemlich stachelig ja probier doch gleich mal aus mit der planke okay das ist eine kiste wiii jawoll ach das dann können wir so eine art brücken bauen ja ne ja ja super huch auch immer so eine bauen eine große oh ah komm hinter mich warte mal ganz kurz irgend so oh ich schieb dir noch nicht weg ich hab vorsehen nicht die blanke runter geschoben ist vorbei auch noch jetzt ach so du hast ja das schuldig so okay dann ähm äh warte ne das war doof äh 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 warte ich auch mal noch ein stück zurück ja das reicht auch schon juhu yippie ja cool wow hier musst du aufpassen schau mal die tränke ich hab die tränke noch geholt j da musst du eine planke bauen warte mal wird gerade ja ja mach mal lieber erst mal so was hier okay aber ich nicht schafft es nicht einfach hier rüberklettern ganz kurz runter zur kugel gehen also zu der blauen kugel so jetzt hier nochmal ich hab aber nichts abbekommen wir müssen gerade ein strich ich glaube es liegen zu viele jetzt schon auf dem boden ja okay wenn das hilft auch schon weiter scheiße ist eindeutig ich komme immer zurück auch mensch ich sterbe immer könnte es doch mal bitte den blauen hund geben gerade rüber gerade geschafft mit dem ding hier so warte 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 guck mal ein bisschen hm 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 ja ja sehr schön besser geht es gar nicht naja man muss halt immer alles erstmal zu üben ja ja man muss erstmal wirklich üben so hier vor sich ne nein nein ua trirat 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 bitte vor mir ne planke oh gibst du noch oh ja ja was ist da oben Mann und ich will ich bin tot ah oh Gott ich will da unten rein ich will den jetzt ja hier oben ist ja auch noch ein trank ne ja ah ah oh ach man dieses ja die will ich gerade holen aber irgendwie ich bin tot bin ganz tot also ich verrecklich ja wir lachen da da lacht irgendjemand ich bin jetzt ganz tot ne also ich hab wieder keine figur mehr ich hab's geschafft ok warte dann machst du schon oh ja leben ja ui da oben ich höre irgendwelche feinde ging es hier unten runter einfach oder ja war da irgendwas musst du mal gucken da ja rechts rechts unten wo waren dingens hier da muss ich wieder ich bin etwas zu groß heute auf mein Bildschirm hm muss ich wieder zurück um dich zu holen oder wie ist das ja ja dann musst du den kleinen Punkt oh scheiße aber jetzt hast du die ganzen Brücken weg ja ich bin jetzt sehr groß so ja keine ahnung da muss ich wohl unten lang weil ich hab hier keinen laden hier die ganzen dinger nochmal zu bauen äh äh jo 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 hä ach keine ahnung dann gib mir mal einen Zauberer warte ja ja genau das ist richtig ja sehr schön warte jetzt komm mal bitte auch so blöd hm guck mal ich kann die ja schön wir können die ja eigentlich auch oh 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 ja ich glaub die ist zu kurz 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 scheiße warte mal hm jetzt wird die zappen fallen denk ich mal hinter dir geh hoch ah oh scheiße ja der war nicht gut ja toll wie komm ich jetzt rüber warte mal die könntest du nochmal nehmen auch was was deine weg dann so komm hüpf ja ja du kannst auch mal sehr schön boah 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 es wird nicht leichter ne wir sind unten lang ne ob bloß der trank geht boah ich geh schon wieder Panik hier so okay wir sind schon mal unten oh Gott oh mein Gott hast es geschafft naja okay ich komm hinterher und schon wieder irgend so eine Typen nein oh Gott bin ich bescheuert Gott Mann 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 wollen wir nochmal zurück wer ist da unten in die Kiste ne das war der der Typ der Typ Skelett gehst du doch mal ganz kurz weg bitte ja das reicht schon ne das reicht nicht Mann ne ne man blöde die andere Lila gut so jetzt wie noch nicht Schatz doch jetzt eine giftflasche gefunden das beste würde die bin oder wo sehe ich denn das im inventar den schaden einfacher schwert und schwarze oder pfeile alles bei der mann gesundheit okay danke gesundheit gesagt ach so hast du genießt oder was gesundheit gibt flasche erhöht den schaden oder pfeile der kann ja bei ihm bleiben wie komme ich jetzt darüber ich komme gar nicht darüber ist das springen nee das schaffe ich doch gar nicht einfach einfach rechts nach unten springen ich gehe auf das dinge hier so gerade oben so wieder im drang aber das dürfte kein problem sein ja warte ich würde doch schon gerne mal irgendwie was mindert den schaden schaden schwärter und pfeile ja keine ahnung dann lasse ich das jetzt so schütte kommen wir denn hier wieder hoch da müssen wir ja den wollte ich gerade nehmen jetzt sind türmchen bauen und man jetzt auch trotzdem nicht hoch ne warte ich nehme mal den hier kommt ja nicht weiter wir müssen erstmal hier hoch dazu warte mal warte mal warum warum schieben wir den ich einfach nach hier vorne ja man will sie es natürlich so schwer wie möglich so kompliziert wie nun möglich machen geld wir müssen hier ökert zwischen wieder untergeknallt was müssen wir hier auch so hier auf jeden die lässt sich gar nicht weiter schieben nein du bleibst oben schütter ach so so also ich bin schon mal oben ja du aber ich habe kein seil wo ich mich wie tatsachen das ist jetzt muss einer von uns da oben drauf und der andere muss beschwingt wer muss dieses muss aber wie sollte das dann gehen so ich bin jetzt drüben ja du sehr schön warte mal eine britsche bauen meinst du es geht das geht naja so geht das auf jeden fall so stopp wir stehen hier vor einem schönen skelett und könnten jetzt eigentlich mal den park binden ja dann machen wir das doch gleich mal ich glaube jetzt kommt big boss wird auf jeden fall wahrscheinlich spannend ja in der nächsten runde werdet ihr dann erfahren was da unten auf uns lauert und ich würde sagen bis dahin tschüssi tschüss tschüssi 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 t